guten morgen liebe zuhörer heute haben wir den 18 7 2023 10 uhr und ich möchte jetzt mal hier so was freies vortragen ich habe mir so ein paar stichpunkte mal aufgeschrieben was mir so in den letzten wochen und monaten wieder aufgefallen ist so das gesamte politische bild mit heizungsgesetz mit messerattacken jetzt was in mallorca los ist ich möchte euch noch ein buch vorschlagen weil ich weiß ich weiß nicht wie es euch geht aber irgendwie habe ich das gefühl dass es deutschland immer schlechter geht wirtschaftlich gesellschaftlich der ganze zusammenhalt das mag zwar nicht alle betreffen ja aber so die arbeitende bevölkerung und die unteren schichten die mittelschichten lassen wir mal die oberen raus die ja wo ich auch immer sage die grünen wählen dann ist ja die oberschicht und die werden ja auch davon nicht ab und die sind ja auch nicht betroffen die bauen hier in düsseldorf hilden haben die ihre eigenen quartiere und ja muss es ja auch geben aber es gab ja immer schon reich und arm das werden wir auch nicht mehr verhindern aber ich meine so der größte teil der bevölkerung ich bin ja auch hier betroffen bin ja hier selbst und bin ja auch hier in in pflegeheimen unterwegs und da habe ich ja jetzt auch mittlerweile seit 15 jahren sehe ich ja auch da den verfall oder die die leistung die da angeboten werden oder wer da in den pflegeheimen arbeitet also meine mutter war ja selber hier im pflegeheim und ich kann nur sagen erst mal sind die leute voll unter stress das pflegepersonal die tun was sie da können alle achtung auch der gleiche an den krankenhäusern oder hier in den behinderten einrichtungen aber das ist zu viel die arbeit und die müssen ja auch noch viel papierkram machen also da bin ich schon im thema drin das habe ich mache es deswegen das video weil ich war ja am wochenende mit meiner frau im ahrtal da will ich ja gleich auch noch die zweite den zweiten teil noch machen da guck mich das schaffe weil ich muss ja gleich noch arbeiten ja da kamen ins heute in dem bdr zwei nachrichten dass die pflege in deutschland wieder gestiegen ist wieder teurer wird also der private anteil hier in deutschland speziell hier in nordrhein-westfalen da kosten pflegeplatz mit selbstanteil 2850 euro also der ist glaube ich um 300 euro gestiegen zum letzten jahr das heißt also da ist auch die tendenz steigend und die finden ja keine leute mehr da ist ja auch personalnotstand da bekomme ich ja auch hautnah mit ja ich pflege nicht ich mache nur so die betreuung geben mit den leuten freizeit gestaltung gehen spazieren eis essen ins kino oder koch für die privat das ist denn so meine aufgabe und aber die sind froh da zum herauskommen weil dafür hat das pflegepersonal keine zeit das ist ganz klar dass also da steigt der anteil auch und da frage ich mich immer wer soll das alles noch bezahlen weil krankenkassenbeiträge sollen auch nächstes jahr steigen das ganze gesundheitssystem ist ja auch total unterfinanziert oder kaputt gespart worden und wenn ich dann auch höre da kam durch am sonntag in den nachrichten dass 600.000 rentner also mehr oder mittlerweile so viele weiß ich nicht ob das jetzt mehr sind oder der bestand mehr an grundsicherung bekommen dass die rente nicht mehr ausreicht für ein normales leben und viele deutsche das kam durch auch in den nachrichten weil ich fahre ja viel mit dem auto und kann dann auch nur wieder zwei hören oder ich gucke mir hier auch mal ztf heute journal oder tagesschau tagesthemen meistens später die die sachen an und da kommen ja auch diese themen mit berichten und da sieht man auch aus selbst ihr müsst selber mal durch die durch die stadt und dörfer laufen wie viele in den mülltonnen oder in papierkommens nach flaschen suchen das sieht man bestimmt gerade in den in den großstädten und gestern habe ich auch hier einen bericht gesehen bei spiegel tv da gibt es so manche häuser die sind runter gewirtschaftet alte studenten wohnheime alte wie sagt man hier in düsseldorf zum beispiel hier fürstenberg straße garath in den köln chorweiler das ist ja das sind ja objekte die sind billig aufgekauft worden sind auch private investoren die dann nachher die ganzen wohnungen richtig verkommen lassen und sollte man da wohnen da kommt da keiner mehr raus ich hab da kennt ihr selber gebäude oder straßenzüge in klapper zum beispiel der römerbrunnen den kenne ich in kreffel bestimmt auch weil ich will nichts falsches sagen wird aber ihr kennt die stadtteil ja selber in euren bezüge da wo ihr wohnt und ich werde mir in allen großstädten hamburg berlin frankfurt münchen vielleicht weniger aber bestimmt da auch aber da ist ja so der anteil von abgehängten die das ist nicht mehr menschenwürdig wenn in den wohnungen schimmel ist oder wenn hier wasser durch die decke kommt oder die heizung geht nicht der fahrstuhl geht nicht das sieht aus von außen die außen fassade das ist das haus kann man theoretisch abreißen aber natürlich ein bisschen zu weit weg und da frage ich mich wie kann wie konnte es so weit kommen oder was ist passiert in den letzten 20 jahren weil ich bin ja auch jetzt hier schon etwas älter und habe ja auch seit der wirtschaftskrise 1972 war ja hier ölkrise und 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 aber da hatte man das gefühl dass alle noch irgendwie profitiert haben nur vom wirtschaftsausschwung alle haben häuser gebaut jeder hatte arbeit gehabt eine vollbeschäftigung und seit der wirtschaftskrise wo wir sonntags dann hier zu fuß über die autobahn fahren konnten ging das wohl pö a pö zurück da hatten wir schon fünf millionen arbeitslose und die haben sich auch nie mehr reduziert aber da war die arbeitslosenleistung oder die arbeitslosenhilfe die war ja wesentlich höher als das heute ist im verhältnis und ich meine auch das habe ich ja selber auch mitbekommen ich war ja auch mal eine zeit lang arbeits suchend und vom arbeitsamt mönchengladbach top sofort eine fortbildung oder halt sofort eine beratung wo der wo der wo der 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 arbeitsberater die die personalleute von den großen firmen die kannten sich noch persönlich ich glaube dieses verhältnis hat man heute gar nicht mehr das ist alles hier mit jobcenter unter gerhard schröder alles zusammengespart worden zusammengelegt worden dereguliert worden und die verwalten sich nur noch selber zahlen die leistung aus hängen sanktionen und jetzt höre ich dann von der andrea nahles dass kein geld mehr da ist für fortbildung dass die leute die jetzt den anschluss verloren haben sag ich mal die jetzt 20 jahrige arbeit haben immer den gleichen bereich und müssen jetzt irgendwie neue programme mit mit computer mit mit der ganzen computer-kitechnik dass sie da weiter umgeschult werden dass da kein geld mehr für das das heißt diese langsam arbeitslosen bleiben quasi auf der strecke und das dafür ist kein geld da aber für ja was weiß ich jetzt hier tunesien oder wo waren jetzt tunesien wo denn die eu hinfährt mit mit holland und hier die die italienische ministerpräsidentin meloni und dann kriegt der diktator der präsident 900 millionen euro damit keine neuen fachkräfte hier rüber kommen er glaubt doch nicht wirklich dass das alles eingehalten wird das wird alles unter der hand gehen machen die schleuser noch weiter ihr programm das ist völlig die 900 euro sind 900 milliarden sind weg oder millionen sind weg da macht man so nichts vor das hat mit der türkei am rande geklappt aber ich glaube da kommen ist auch schon die leute und wir können doch nicht ganz halb nordafrika aufnehmen das ist ein ding und möglichkeit dann haben wir verhältnisse wie es in frankreich das wird hier in deutschland auch passieren das sehen wir ja schon in den freibädern oder jetzt was man hier in mallorca mit den sechs vergewaltigern es ist für mich habe ich ja auch gestehen das ist für mich hier ein unding dass hier in den öffentlichen nachrichten ztf was eben sagte radio da wird immer von deutschen gesprochen das sind ja deutsche mit migrationshintergrund und dieser migrationshintergrund ist für mich der viel wichtigere aspekt als das hört sich an als wenn deutsche hier vergewaltigen auf mallorca also das sind mit migrationshintergrund und ist ja kein wunder wenn die nach fünf oder drei jahren schon den deutschen pass bekommen dann heißt das nachher nicht mehr dazu sagen das wird so ganz selten gesagt dass das hier als wenn das ein tabu wäre messerattacken vergewaltigungen das habe ich so zu meiner zeit vor zwanzig jahren bei weitem nicht gegeben war auch gegeben haben wenn man achten zeichnen aber nicht in diesem ausmaß und nicht in dieser intensität mit gruppen vergewaltigungen da so hat kenne ich überhaupt gar nicht das kommt ja auch dadurch weil wir ja verschiedene kulturen hier ins land lassen die kommen das ist für mich ganz klar für mich gehört der islam nicht zu deutschland das ist eine eigene religionsgemeinschaft die können hier arbeiten gäste aber wenn ich dann sehe was sie für moscheen und dass die schon teilweise gebietsansprüche in deutschland haben ich weiß nicht ob du das auch gehört habt hier in essen da war doch hier so eine schlägerei also zwei zwischen zwei clanfamilien das waren also länder libyen gegen syrer und das waren glaube ich 300 gegen 300 es gibt ja kein klein mit dreinhalb vielleicht doch schon mit dreinhalb mitgliedern und die waren hoch bewaffnet und die haben sich da auf dem parkplatz da geprügelt mit macheten baseballschläger eisenstangen also richtig schon brutal und die wurden nicht vor deutschen geklärt da kam ein friedensrichter aus iran ein friedensrichter der denn hier diesen streit geschlichtet hat also hat keine strafen ausgesprochen ja benimmt euch macht nichts mehr nicht hier so ihr seid ja hier keine ahnung was da gesprochen wurde verstehen wir ja auch teilweise gar nicht mehr weil ja unsere gerichte ja auch total überfordert ist ja ja und genau mit 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 hier mit mit den schwimmbädern ich sag mal so ich es kam ja auch in den nachrichten dass ich viele deutsche also normale die hz 4 bekommen oder hier bürger geld sowieso schon nicht mehr oder die unteren schichten die verkäuferinnen einfache angestellte lagerarbeiter taxifahrer und die schon mit der miete und dem strom und mit den lebensmittel zu kämpfen haben da bleibt für urlaub da habe ich kein geld mehr über aber politiker und so die oberen die sind dann nur wer kann man haben den mehrere ferienhäuser können dann wochen oder monatelang weg bleiben soll ja gegönnt sein aber es muss wie man so schön sagt die gering eckert wir sind ja eine solidargemeinschaft zurzeit sage ich ja auch immer in allen videos wird das geld von unten nach oben verteilt auch in der pandemie in der c pandemie ist ja alles haben ja sehr viele auch in der corona pandemie richtig gewinn gemacht wo lockt da und zwar wo die masse kleine einzelläden einzelhändler abhängig beschäftigte oder die die nicht mehr raus die nicht mehr arbeiten gehen konnte die pflege und 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 krankenschwestern die sich nicht impfen lassen wollten wir haben dann ja dann müsst ihr euch einen neuen job suchen wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt und da frage ich mich wo kommt das her wenn ich denn mal jetzt mal politisch hier dass man aufhängen darf dann haben ist ja eigentlich die spd und cdu sind ja eigentlich die ältesten volksparteien und die waren ja mal sag ich mal nahe im krieg spd ist 150 jahre alt cdu hat sich dann gegründet also vor 70 jahren und die haben ja eigentlich größtenteils deutschland eigentlich gut durch die durch die zeit gebracht sage ich mal mit 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 filien sehr aber wir momentan jetzt ist oder seit da frage ich mich seit wann ist das passiert was hat hier eine riesige veränderung in deutschland gebracht und da muss ganz klar sagen die deutsche wiedervereinigung die hat ja westdeutschland ja viel geld gekostet mit dem solidaritätsbeitrag und der osten hat ja 30 jahre lang für den für den krieg bezahlt das sah ja aus wie nach dem ersten nach dem zweiten weltkrieg vieles kaputt vieles marode das musste gemacht werden aber das dauert ja auch 20 jahre 30 jahre zeit da kann der helmut kohler nicht hinkommen und sagt nach zehn jahren ist das alles angeglichen damals 30 jahre gebraucht und ich glaube jetzt hinter noch ja jetzt mittlerweile nicht mehr jetzt sind ja renten und löhne angepasst und aber der osten hat dafür bezahlt und klar war natürlich gut die wiedervereinigung meine meinung berlin hauptstadt aber wie gesagt da sind immer noch große unterschiede aber einführung der d-mark auch okay damit haben die osten riesen schritt gemacht konnten reisen konnten kaufen da hat der westen die aufwand profitiert der fehler war man hat zu viele politiker und zu viele man hat also die die westliche politik dieser kapitalismus hat man über den osten gestülpt und damit kamen drüben viele nicht mit klar oder haben da lücken gesehen und das spüren wir bis heute deswegen ist ja auch dann hier im osten die afd so stark weil viele im osten die nicht weg konnten die nicht in den westen rüber gehen konnten die da gebliebenen sag ich mal die hier kriegen das zu spüren durch arbeitslosigkeit damals durch hohe mieten durch hohe lebensmittelpreise und 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 in ziemlich schnellen ausmaß und da waren ja überwiegend cdu politiker in den neuen bundesländern ja und wenn man dann sieht nachher diese spendenaffäre helmut kohl ist ja über diese spendenaffäre gestolpert und da hat sich die cdu zerlegt ganz klar da kam angela merkel an die macht und seitdem ging es quatsch schröder schröder hat helmut kohl abgelöst und seitdem er ging es ja hier in deutschland peu a peu bergab mit den ganzen deregulierung des finanzmarktes deregulierung des arbeitsmarktes durch agenda 2010 das darf man ja alles mal gar nicht vergessen das muss man ja alles mal im zusammenhang sehen wo wir jetzt hier sind und wie kommen wir da wieder raus das muss ja ein weg da rausgehen und eine noch mal nur die afd alleine die hat ja gute ansichten aber die afd alleine wird das auch nicht schaffen bin ich weil wir wollen in deutschland keine partei haben die mehr als 50 prozent bekommt eigentlich muss die afd das bekommen um regieren zu können weil ja im umkehrschluss keine altparteien die altparteien wollen ja nicht mit der afd zusammen regieren war das beste beispiel gab es ja auch schon mal hier über helmut kohl der hatte mal in einer wahl glaube ich 48 prozent geholt da haben sich nachher die spd und die fdp zusammengetan hatten 52 prozent ich glaube brand und scheele und dadurch ist willi brand wieder bundeskanzler geworden und die cdu als stärkste fraktion hat es nicht geschafft also das ist noch ein weiter weg und ich weiß nicht ob deutschland diese zeit noch hat es ist die frage kann der afd irgendwo mit regieren gibt es eine partei vielleicht die cdu die sich dann irgendwo dazu erklärt da gibt schnittpunkte mengen schnittmengen man lässt das rechte mal weg das wort ist stört es stimmt nicht mehr hat vielleicht mal aber das ist nicht mehr so also oder die afd müsste ich noch mal neu reformieren das ist immer so ein appell an die afd leute vielleicht dass das aber für vielleicht nachher gar kein weg in der rand vorbei an die afd und es schaut doch mal wo die ganzen parteien herkommen die waren vor 20 jahren war die cdu und die spd doppelt so stark doppelt so viele mitglieder die haben sich teilweise halbiert und durch diese halbierung kommt die afd sehr stark raus und die grünen fdp nur herr lindner die war ja immer sehr klein die ist ja nie so groß gewesen aber die afd jetzt sehr stark hat ja geschichtlichen hintergrund ich bin jetzt ich bin partei los ich finde alle parteien ja der karsten stahl hat mal gesagt eigentlich sind alle parteien nicht zu wählen weil muss ihnen irgendwo recht geben das video ich weiß nicht ob er kennt weil er sagt die afd profitiert ja momentan weil die regierungen zu schwach sind und die machen ja nur kritik verbesserung was sie machen wollen und ob die nachher umsetzen wenn sie in der regierung sind das müssen wir erst mal abwarten wissen wir ja noch gar nicht kommt auf den versuch an aber wie ich gerade sagte wir haben die zeit nicht mehr wir haben die zeit nicht mehr hier große experimente zu machen und sollte die afd auf 48 oder auf 50 prozent hochkommen dann werden alle medien alle deutschen werden dann wachgerüttelt werden dann wird dann gesagt werden ja wollt ihr denn wieder wie damals in der nsdap zeit hier eine partei eine regierung das oh gott oh gott dann kommt ja wieder der dritte weltkrieg dann wird natürlich wieder panik gestürt und dann wählen die deutschen natürlich immer das kleinere übel in deutschland wird immer das kleinere übel gewählt und kleinere übel heißt die grünen wählen oder fdp weil die großen wird alles nicht mehr ja nicht mehr bringen weil hier irgendwie alle nach links gerückt sind spd nach links cdu auch nach links unter angela merkel nachher ausstieg aus der atomkraft habe ich auch schon mehrere videos gesagt dann die ganze flüchtlingseinwanderung unkontrollierte einwanderung moral über das dublin gesetz gestellt war ja richtig aber nicht in der menge und alle die kriminell sind schieb doch erst mal die ab die kriminell sind und keine neue ich überhaupt kein keine eine einwanderung mehr ich höre überhaupt kein 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 wie heißt das keine 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 einwanderungszahl wo gestoppt werden soll das ist völlig gibt es kommt wie heute jeder der will wird jeder dieses einwanderungs fachkräfte einwanderungsgesetz bekommen alle rein es können also alle kommen ob kriminell nicht kriminell auf deutschland ob können alle deutschland kommen weil wir und da frage ich mich wenn so eine politik schon seit ja unter merkel ja eigentlich auch schon gemacht wird ist das ist ja gewollt und geplant hat die sehen ja auch die flüchtlinge kriegen ja auch nach die kriegen ja auch rückmeldungen dann ist ja gewollt und geplant da machen wir uns da nichts vor was hat das für den singen für den zweck soll man hier wirklich hier sind wir nachher 50 prozent deutsche und 50 prozent fachkräfte also aus dem ausland stelle auf den trend sind wir ja schon hin wenn die deutschen alle weg sterben wir sind wir sind ein volk von älteren wir kriegen nur noch ein kind pro familie wenn überhaupt oder sehr teuer ist ein kind groß zu ziehen da gehen ja viele lieber beide arbeiten weil man muss zu zweit arbeiten um sich ein leben leisten zu können da gibt es natürlich eine lösung der staat muss hat muss hat auch richtig steuern das muss wenn die cdu ist dieses neues programm auflegt muss das wirklich radikal in eine ganz andere richtung gehen weg ein bisschen von den grünen und macht mehr für den mittelstand macht mehr für die abhängig beschäftigten für die unterschichten dass das wirklich solidargemeinschaft ist dass nicht alles teurer wird sondern erstmal die teuerung die inflation stoppen zumindest die steuern da rausnehmen und erstmal schulden investieren wird ja auch fast 30 jahren nichts investiert und das fällt jetzt alles vor die füße wenn ich dann höre hier im ahrtal die 134 leute hätten nicht sterben müssen wenn das diese ganze infrastruktur diese ganze kommunikation viel besser funktioniert hätte und es waren hubschrauber in der luft da wird mir angst und bange also fahrt mal dahin fahrt hier zum kaiserstuhl da gibt es so eine kleine flut ausstellung schaut euch die videos an zwei drei mal die dauern nicht lange zwei drei minuten was sich da verdramen abgespielt da läuft ein eiskarten rück runter da sitzen mal hier aber gleich das video zu dem dritten teil da sitzen familien auf dem dach die haben eine taschenlampe in der hand da kommt ein hubschrauber angeflogen der hat aber keine seilwinde dabei und kann die leute nicht retten ja zwei tun ich weiß nicht unfassbar das mitten in deutschland weil die zu wenig hubschrauber hatten weil der alarm zu spät ausgerufen weil die katastrophe man konnte sehen wie das wasser 2016 überschritten hat die ahr da war schon fast 45 meter da floss das wasser durch die stadt und da sagt denn manu dreier oder alle hier die vereinten minister und ich brauche spiegel ist keine katastrophe ich habe im nachhinein tritt nicht zurück mit keine verantwortung ist für mich unfassbar fahrt dahin schaut euch an das ist zwei jahre her und ja unbegreiflich dafür ist kein geld da für den wiederaufbau ich weiß dann kommen dann kommt man kommt nachher so in die sprächen wie ist das wenn so eine katastrophe heute passiert in der auch in dem ausmacht wäre deutschland in der lage alle menschen doch zu retten und da habe ich meine großen zweifel wenn ich sehe was hier nicht funktioniert hat aber alles das geld weg geht dass das alles unterfinanziert ist die hilfe der thw feuerwehren hubschrauber bundeswehr ich kann da jetzt falsch liegen wer da jetzt hört kann mir zahlen oder im kommentar mal reinschreiben wie da jetzt die hubschrauber zahlen sind wären wir heute in der lage das hat sich ja innerhalb von vom 14 auf dem 15 das heißt innerhalb von halben tag in dieser nacht ist deutschland so schnell in der lage alle menschen aus dem ahrtal zu retten und nicht nur wir evokieren nur die 50 die 50 meter von der ahr weg das sind welche in sinzig hier so lebenshilfe da konnte die feuerwehr nicht mehr helfen die waren 250 meter weg von der ahr und die sind auch ertrunken da fehlen mir die worte über video kommt raus ich weiß ja nicht wie er das seht aber das sind denn so beispiele wo ich dann sehe wird denn deutschland hier zum entwicklungsland oder wohin entwickeln wir uns also und wenn ich dann hier sehe im freibädern diese messerstechereien und dann oder die jetzt hier diese in mallorca die sind da wie ich eben schon sagte 15 jahre haft bekommen die und wir haben in deutschland nur noch solche schicksale und frauen fühlen sich nicht mehr sicher kinder werden überfallen mit immer nur noch messerattacken überfälle tendenz steigend wohin entwickelt sich deutschland da wird mir angst und bange ich sage immer zu meiner tochter oder hier meine frau ihr habt und noch im dunkel dort habt ihr zu hause sollen ich hole euch ab ihr läuft dann ihr lauft ja nicht alleine nachts über die straßen weil vergewaltigung überfälle ist an der tagesordnung und das in einem sichersten land wie deutschland das wollte ich jetzt mal hier so gesagt haben jetzt bin ich aber nicht mehr hier zu gekommen mit agenda 2010 wo schroeder ja den arbeitsmarkt dereguliert hat wo ja arbeitslosenhilfe weggefallen ist weil die arbeitslosenhilfe war der gleiche betrag wie arbeitslosengeld eins und die arbeitslosenhilfe hat noch weiter geld in die rente eingezahlt und man darf ja auch nicht vergessen dass die rente unter schroeder um 25 prozent gesenkt worden ist da redet heute kein mensch mehr von da müsste man sofort die cdu antickern hier macht mal wieder ein höheres rentenniveau und nicht bei 40 prozent weil genau da wird gespart wenn man da ansetzen würde die rente um 20 prozent denn das niveau dieser dieser rentenwert um 20 prozent anzuheben da kämen schon viele über 1200 mindestrente was jetzt die linken fordern mindestrente von 1200 euro finde ich völlig okay für jeden der der kinder großgezogen hat der gearbeitet hat hat ein leben 1200 euro dann sollen wir die oben die reicheren vielleicht mehr in die kassen einzahlen sage ich auch schon öfters dass politiker anwälte rechtsanwälte richter beamte ingenieure zahlen als alle selbstständigen alle in eine rentenkasse einzahlen dann hätten wir ein sehr hohes niveau sehr viele einzahler und dann hätten wir dieses problem schon mal weniger das gleiche mit den krankenkassen drei krankenkassen alle zahlen in eine krankenkasse rein dieses privatversicherte dieses ausklinken ab einem gewissen gehalt muss auch geändert werden also gibt es viele änderungen die mir so ad hoc einfallen wo man da einzahlen müsste ist also meine persönliche meinung wie man das hier so handhaben könnte ja dann klar aktuelle themen hier kontrollierter grenzeingang wer kommen in deutschland rein kriminelle abschieben geldleistung sachleistung umwandeln die die hier beim helfen brauchen jede helfende hand aber nicht dass die uns hier ausnutzen keine leistung mehr aus dem sozialtopf dass das richtig kontrolliert wird wer ist da wer kommt da was für betrüger gibt es da und kriminelle abschieben dann sind wir schon mal auf dem richtigen weg und das ist die frage kann man die eu mit sich durchsetzen wenn nicht muss deutschland da in alleingang gehen meine meinung ja das fällt mir jetzt so ein stand 18.07 das wollte ich auch schon mal hier so ein buch vorstellen weil das geht ja auch völlig unter die ganze coro die ganze c krise da habe ich hier ein buch von gunther frank der ist also auch arzt allgemeinarzt und was er darin schreibt da schreibt das staat das staatsverbrechen warum die coro warum die c krise erst dann endet wenn die verantwortlichen vor gericht stehen weil müsste lesen da steht drin wie das alles wer daran verdient hat wieder wie wieder virus freigesetzt worden ist kann man jetzt glauben kann man nicht glauben aber das sind schon daten fakten die hat man ja auch in der pandemie mitbekommen wenn ich da bill gates die rede höre dass er ostersonntag oder montag in den tagesthemen fast eine halbe stunde reden konnte und davon geredet hat wir müssen die ganze welt impfen damit die pandemie vorbei ist mit einem impfstoff der gar nicht da ist aber durch 2020 da haben alle auf den impfstoff gewartet in dem ersten lockdown steht alles hier drin in dem buch und ja kann man so stehen wie man will aber es muss auf jeden fall aufgearbeitet werden wer daran verdient hat wie da die leute bezahlt worden sind wo bill geht es der ist ja eigentlich hier microsoft chef hat ja mit medizin überhaupt nichts zu tun nur er weiß nicht wohin mit seinem ganzen geld und da gibt es mehrere reiche amerikaner die nicht wissen wohin mit ihrem geld und dann machen wir mal eben die who bekommt ja auch von bill gates spendengelder und da hat er glaube ich richtig geld investiert in medien in die who und werden die musik bestellt bestimmt auch was gespielt wird man kann dann eben meine who könnte die jetzt auch sofort eine pandemie ausrufen und dann müssen sich alle länder dann dran halten heiktes thema wir werden sehen wie es weiterentwickelt aber leute seid wachsam lest kritische bücher macht er schlau geht mit offenen augen durch die welt und glaubt nicht alles was in öffentlich rechtlichen gesagt wird im radio da wird werden teilweise sachen weggelassen oder werden erst gar nicht berichtet wenn ich vielleicht nicht falsch aber halbe sachen wie jetzt zum beispiel das beste beispiel ist wie mallorca das sind deutsche natürlich normale deutsche sind deutsche mit migrationshintergrund das ist was man immer sagen muss in einem satz so jetzt habe ich eine halbe stunde hier eine freie rede gehalten ich hoffe ihr habt zugehört danke dafür danke für die neuen abonnenten toll hat mich gefreut ich versuche ja mach mal vorstellen was besser machen soll ist das so besser so eine freie rede weil haben welche angemerkt dass schlecht vorlesen kann fällt mir ein bisschen schwer war mal schlimmer weil das nicht auch neue texte und mit lesen vom computer weg die nervösität so freies reden fällt vielleicht ein bisschen einfacher oder nur so stichpunkte machen ich glaube ich mach mal hier die diese variante ich gucke wie die klickzahlen sind wie das ankommt und nächsten themen sind jetzt nicht so ich habe es mehrere sachen angesprochen dann bleibe ich höchstens auf einem thema und gehen da ein bisschen in die tiefe aber dann möchte ich auch ein paar grafiken zeigen oder auch mal überschriften artikel was vorlesen dann ich mir nicht alles hier zusammen spinne da ich mir dann auch selber aus dem inter ja überwiegend aus dem internet da lesen bei welt die online focus bild freunde sagen mir was draußen die zeitungen lesen was vielleicht auch mal sehr interessant ist oder wichtig ist ist ausländische zeitungen zu lesen dass man da auch wie sieht das ausland was wird da berichtet ist die gibt es auch noch riesengroße unterschiede okay dann sage ich danke für eure aufmerksamkeit das abo da teilt das video und kommentare reinschreiben das ist immer wichtig